Ja, es ist natürlich ein geiles Feeling, vor so einer Kulisse gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ich denke, wir haben sie noch eine Zeit lang richtig schwer gemacht. Wir standen tief und wollten sie ärgern. Im Endeffekt hauen wir uns dann selber einen rein. Das ist natürlich bitter. Da bringst du dich natürlich um die eigene Arbeit, aber hilft nichts. Es war eine super Stimmung. Ich denke, das können wir mitnehmen. Wir haben auch gut mitgehalten und jetzt können wir gucken, dass wir in der Liga Gas geben. Ja, ich denke, wir sollten nicht alle zu ihm hingehen. Er weiß selber, ein bisschen tun wir natürlich aufbauen, aber der kriegt sich selber auch wieder hoch. Aber im Endeffekt können wir natürlich stolz sein, dass man auf den Versen wird. Ja, natürlich. Wir haben zwei super Spiele gehabt. Jetzt gegen Schalke, dann gegen Bochum. Ich denke, wir können jetzt auch stolz auf uns sein. Wir haben gut gearbeitet und jetzt können wir uns auf die Liga konzentrieren und schauen, was noch möglich ist. Was hast du heute gemacht für die Liga? Ja, natürlich nehmen wir mit, dass wir keinen Gegner scheuen müssen, dass wir auch gegen jeden gewinnen können, dass wir auch gegen so eine Mannschaft gut mithalten können, die in der Champions League spielt. Und jetzt müssen wir das natürlich in der Liga umsetzen. Das stimmt allerdings, aber ich hätte natürlich doch hier mehr geholt. den Vielen Dank.